Hallo Freunde, willkommen zurück bei Is Hessen Speed Wasserhot Ja, im letzten Part haben wir ja doch noch den Turm gekriegt Da oben eine Flagge, die holen wir uns natürlich auch So Zack Zack Das war die zwölfte Was macht ihr denn hier? Ah du Hat er den eiskalt darunter Du fällst hinterher Wir können mit keinem reden, der Typ ist tot Scheiße ey Das war aber nichts Ja, ich würde mal sagen Dann werden wir Erstmal den hier mitnehmen Ja, das mit dem Freien klappt irgendwie nie Verdammt Verdammt, verdammt, verdammt Ich würde mal sagen, das war wohl nichts Ach, Ezio Dumm gelaufen, wa? Na gut Schauen wir mal, ob wir den jetzt retten können Nein, wieder nicht Penner Das war nichts Na gut Dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Versteck So So Da hinten müssen wir hin Hoppa Und ich glaube, ich werde mal ein Schluck Medizin trinken So Da vorne könnte es sein Da war so Yep Da ist es So Und weg ist er Mal schauen, wo wir diesmal gelandet sind Okay Wir sind Ach du meine Güte Ja Den Bau der Anhänger finden Acht Minuten Ich hatte gedacht, hier wäre was, weil Aber nö Alles voller Knochen Hier ist ja widerlich Oh Mann, oh Mann Wer denkt sich denn sowas aus? So So Und Zack 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 Ich bin jetzt im Kreis gelaufen Nee Nee Seht nicht sowas So Hopp 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 So Hopp 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 Okay 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 So Ja, nicht runterfallen Das könnte unser Ende sein Oh Gott Schreck Ich bin jetzt mitlassen Ey So Eigentlich haben wir es auch nicht Herr Itzio Toll Ich hasse sowas Okay Hier sind wir falsch Haben aber Immerhin ein bisschen Geld gekriegt Na gut Nehmen wir hier weiter Hier lief doch gerade jemand her Ich bin doch nicht blöd Hopp Hopp Ups So Zack So Das kann interessant hier werden Das kann auch richtig lustig werden Zack Und weiter geht's So Wie das war's Nee Da oben Jetzt kommt er mit der Fackel Ach du scheiße Ich weiß nicht was passiert Wenn wir hier jetzt einfach runterspringen Okay Ja macht es sowieso nicht Wie So Toll hier ist gar nichts Dann nehmen wir einfach die andere Seite Zack Wie gittigitigit Da war noch ne Truhe Ich glaube Ich glaube ich 8 Minuten schaffen wir es Nicht mehr Toll Hier bin ich jetzt auch noch Ah So Zack So Hallo Äh Ich ziehe was los Komm Hopp Und wir das jetzt alles nur für die Fahnen aber ich glaube schon Wieso hat er sich hier nicht dran festgehalten So Für die Fahne müssen wir wahrscheinlich jetzt hier hin So Hier ist die Fahne Zack Nehmen wir mit Hm 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 Hier ist auch nur ne Kiste total verlaufen Hat sich aber gelohnt Hat sich aber gelohnt Und wir haben Seide So Dann gehen wir jetzt hier weiter Okay Okay Aha Na bitte Da ist noch ne Fahne Was machen die denn da Ich suche die die den Romulus Kult anführen Toll Na gut Na gut Schauen wir mal Ja ganz toll So Hopp Ja ich wusste es Ich hasse sowas mit dem Wenn die Kamera so Okay das macht er jetzt gar nicht Wenn die Kamera so komisch ist dann Na egal Da wir die Zeit wir so schon überschritten haben Kommt es hier jetzt auch nicht mehr drauf an Hopp 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 So Und Hoppa Und Okay Okay da haben wir jetzt die Zeit überschritten Zeit überschritten Juhu Juhu Guck mal wenn ich wieder hoch Jo Perfekt Ein Rückweg wenn ich falle Da Och wisst ihr was die Da oben ist die Fahne Wie soll ich denn da hinkommen So Hm egal Wir gehen einfach weiter So Ich werde so nicht alle Fahnen einsammeln Da hab ich gar keine Lust Also Will ich zwar schon gerne Aber Äh Ich hab keine Lust dir als zu suchen Ich nehm die mit Wo ich so drankomme Und das war's dann Schafft er das? Jo schafft er Sehr gut So ihr Romulus Leute Kommt mal her Schaut mal wer wieder da ist Huch Äh Super Okay dann Gehen wir halt hier weiter Gehen wir halt hier weiter So So Hallo Hallo Höre uns Oh Romulus Was soll mit diesem Eindringling geschehen? Hör nicht hin Hör nicht hin Die Borgia sprechen durch ihn Kein Gott Romulus sagt Der Assassine muss er Schaut mal wer gestirbt Und jetzt du Hör nicht hin Heute stelle ich hier Richtung Manda Da Verliert die nicht schon wieder Hoppala Ach das ist ja ne Leiter praktisch So Zack Hoppap Toll Hoppap Toll F Bier Und Er Und Kater Das Und So kann es auch machen nd packt ihn! Bitter die Mörder! Wo ist er? Eikolo! Da! Da! Wo ist er? Na komm, jetzt komm ich hoch! Da ist er! So! Geh halt hier her, meine Wüte! So! Mal schauen wo wir jetzt hin müssen. Hopp! Irgendwie müssen wir... Nein! Schnell! Verdammt! Er kommt! Auf ihn! Nein! Nein! Boah! Oh! 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 Na! Oh! 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 ist ja ein bisschen so Itzio, komm schon. So. Was? Der war auch schon oben drauf. Na gut. Wenn er so nicht will, dann machen wir es halt anders. Oder ist diese doofe Leiter. Aber wir sind hier. Na toll. Ach, Itzio. So, wo ist die Leiter? Ah, hier war sie, ja? So, hier gehe ich wieder so hoch. Zack. So. So. Hier lang. Zack. Und, hopp, hopp. Und weiter geht's. Zack. Ah, hier geht's durch. Aha. Haben wir's doch noch geschafft. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So. Hier bin ich mal so schön viel Geld. Und diesen hier. Was ist diesmal? Aha. Da sollen wir ja raus. Okay, haben wir irgendwo, haben wir eine Truhe hier übersehen? Nein. Gut. Okay, Freunde. Dann würde ich mal sagen, im nächsten Part werden wir dann hier weitermachen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis denn. Ja, in acht Minuten haben wir es nicht geschafft. Aber egal. Also. Ciao. 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 Vielen Dank.